Sie sind hier, 28. September 2018, 15 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern Sie Monteiro de Vill mit dem 1. FC Köln, auch im Bielefeld jubeln Urheberrecht, gett die Images in der 2. Bundesliga steht der 1. FC Köln vor einer schweren Auswärtshürde bei Arminia Bielefeld. Im 2. Freitagsspiel empfängt Kiel Darmstadt 98. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Untertitelung des ZDF, 2020